Doris Schade war eine deutsche Schauspielerin, leben, geboren in Thüringen, aufgewachsen in der Sowjetunion und in Japan erhielt sie 1942 bis 1944 eine Schauspielausbildung am Alten Theater Leipzig. Ihr Debüt gab sie 1946 als Luise in Kabale und Liebe an den städtischen Bühnen Osnabrück. Danach erhielt sie Engagements an den Bühnen der Freien Hansestadt Bremen, an den städtischen Bühnen Nürnberg und an den städtischen Bühnen Frankfurt am Main. Von 1961 bis 1972 gehörte sie zum Ensemble der Münchner Kammerspiele und von 1972 bis 1977 war sie am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg verpflichtet. 1975 gastierte sie am Staatstheater Stuttgart. Seit 1977 gehörte sie erneut dem Ensemble der Münchner Kammerspiele an. Als vielbeschäftigte Theaterschauspielerin war Doris Schade lange Zeit nur sporadisch im Fernsehen zu sehen, meist bei aufgezeichneten Theaterinszenierungen. Später wirkte sie in Fernsehspielen und Serien wie Derrick mit. 1981 kam sie in Margarete von Trotters die bleiernde Zeit zu ihrer ersten Rolle in einem Kinofilm. Auch in Hellerbahn in Rosa-Luxemburg, wo sie Clara Zetkin verkörperte und in Rosenstraße arbeitete sie unter von Trotters Regie. Populär wurde sie auch als Homas Lettberg in den Kinderfilmen Die wilden Hühner. Die wilden Hühner und die Liebe und die wilden Hühner und das Leben. Doris Schade war mit dem Schauspieler und Theaterintendanten Heinz-Joachim Klein verheiratet und Mutter eines Sohnes. Sie lebte in München. Filmografie, Hörbücher, Der geheime Garten, der Audio Verlag Berlin 2005, ISBN 9783898134736. Auszeichnungen 1986 Gertrud Eisoldring für herausragende schauspielerische Leistungen 1993 Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland 1999 Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst 2002 München leuchtet Medaille in Gold 2002 Bayerischer Theaterpreis für ihr Lebenswerk King